Ich bin momentan praktikant bei Grünheim und meine Aufgabe im Moment ist es, hier den Betrag der Exerfos Pilotanlage mit zu unterstützen und dafür hat man eben an diesem Schaltraum die Möglichkeit an der Anlage verschiedene Einstellungen vorzunehmen und eben zu überwachen und notfalls einzusteigen. Als Student der Umwelttechnik hat sich für mich eine riesen Möglichkeit geboten, an diesem Projekt teilzuhaben und mitzunehmen, weil mir einfach der Gedanke sehr gefallen hat, die Stoffe in den Preis zu führen und wichtige Ressourcen wie Phosphor, wenn sie knapp werden, alternative Möglichkeiten zu finden, wie man diese zurückgewinnen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017